So ihr lieben Freizeitparkfreaks, wir sind wieder im... Genau, also auf gut Deutsch... Richtig, und es ist heute voll oder nicht voll? Und Wetter ist... Sehr schön, und wir freuen uns richtig hier zu sein, richtig? Und wir haben einen Gast dabei, den Marvin. Und heute haben wir hier auch Fußballer vor Ort. Nein? 1 zu 0 für die Kinder. Tor! Juhu! Instagram, Twitter, Facebook und alle sozialen Plattformen YouTube. Viele Grüße aus dem Phantasialand, eure Freak.